Die Kehrseite der sehr hohen Kursrückgänge im aktuellen Kalenderjahr sind höhere Tragsabwartungen für die Zukunft. Wir blicken zunächst auf das bekannte 60-40 Portfolio, 60% Aktien, 40% Anleihen. Das Portfolio hat historisch schlecht performt in diesem Jahr. Warum? Steigende Inflationsraten, steigende Zinsen haben Aktien und Anleihen gemeinsam fallen lassen. Die Korrelation war sehr hoch und entgegen der landläufigen Meinung, dass die Asset Allocation, die Verteilung auf die Vermögensklassen für 90% der Portfolio-Renditen zuständig ist. Sehen wir doch, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, ob sie langlaufende Anleihen im Vergleich zu kurzlaufenden hatten, ob sie eine Aktienquote hatten, die eher Value- oder Growth-orientiert war. Also die Unterschiede waren schon da. Aber wir blicken hier mal auf das Portfolio und wir sehen, dass die Renditeerwartung im Rahmen der Corona-Phase unheimlich stark zurückgekommen ist. Sie können das hier sehen, kam dann letztendlich in der Jahreserwartung nach vorne hin im negativen Bereich. Das Portfolio war sehr teuer und wir sehen jetzt noch, dass diesem starken Kursrückgang hat das dazu geführt, dass die nach vorne gerichteten Renditen wieder höher sind. Und erfreulicherweise liegt das nicht nur daran, dass die Aktienmärkte zurückgekommen sind, sondern insbesondere die Zinskomponente hat ganz extrem an Bedeutung gewonnen. Und man vergleicht oft Staatsanleihen mit Aktien, aber sinnvollerweise würde man vielleicht Unternehmensanleihen auch mit Aktien vergleichen. Und wenn man das dann in der relativen Betrachtung genau analysiert und schaut vielleicht auf die Gewinnrendite, das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation zur Jahresrendite von Unternehmensanleihen guter Bonität mit einer Laufzeit von vielleicht 5, 6 Jahren, dann sieht man schon, warum viele Marktteilnehmer aktuell überlegen, dass man vielleicht Anleihen in Relation zu Aktien etwas stärker berücksichtigen muss als in den vergangenen 10 Jahren. Also, die Kursrückgänge haben zu höheren Ertragserwartungen geführt. Ob sie schon hoch genug sind, weil schon alle Probleme reflektiert sind, das kann natürlich niemand sagen, aber grundsätzlich können wir ganz klar festhalten, dass das Chance-Risikoprofil sich deutlich gesünder darstellt als in den letzten 3 bis 5 Jahren. Man weiß es natürlich nie genau, aber das zeigt natürlich auch mal wieder, wie wichtig es ist, hier schrittweise zu agieren und zu versuchen, die größten Extreme am Markt herauszunehmen. Und Extreme waren ja beispielsweise Hochzinsanleihen, die nur mit 2,5% verzinst waren und das waren auch irgendwelche Wachstumsaktien, die keine Gewinne gemacht haben, aber mit dem 30-fachen des Jahresumsatzes bewertet wurden. Auslöser für das Ganze, wir erinnern uns, hohe Inflationsraten und wir blicken jetzt mal auf die Inflationserwartungen und da sehen Sie schon entsprechend, die sind hier deutlich zurückgekommen. Einmal natürlich für die USA, aber auch für Europa und ob die am Ende des Tages so eintreten oder nicht, ob die Prognosefähigkeit hoch oder niedrig ist. Ich glaube, die Richtung insgesamt ist relevant und das passt gut ins Bild. Wenn wir uns hier nochmal die Gas- und Strompreise anschauen über die Terminmarktbörsen, da sehen Sie schon dieses extreme Überschießen nach oben ist deutlich nach unten gekommen. Wir haben zwar noch deutlich Luft zu den Werten, wo wir herkamen, aber das ist ja immer ein wesentlicher Aspekt. Wir haben eine negative Überraschung, dann gibt es Adaptionen der verschiedenen Marktteilnehmer und dann kommt dann vieles doch nicht so extrem, wie man es gegebenenfalls erwartet hat, weil man auch wieder natürlich Maßnahmen hat, die dagegen wirken. Also sprich, einfach etwas vorzuschreiben und zu sagen, wenn es jetzt noch drei Jahre so bleibt, dann ist das so und so, das ist meistens in der Realität nicht zutreffend, weil eben Veränderungen stattfinden, die dafür sorgen, dass sich eben dieser lineare Pfad eben verändert, weil ansonsten wäre es ja auch zu einfach, wenn wir aus den jetzigen Daten einfach auf die Zukunft schließen könnten. Das wäre ja sehr simpel. Was vielleicht noch wichtig ist, auch wenn wir über Portfolios auch sprechen, irgendwelche Überraschungen und Überraschungseffekte, dann muss man natürlich über Europa reden. Und Sie sehen das hier mal dargestellt, hier oben für den europäischen Aktienmarkt und da sehen Sie im Endeffekt mal die Bewertung in Relation zum Durchschnitt seit den 70er Jahren und da sehen wir natürlich auch, dass diese Skepsis bezüglich Europa, die ist natürlich unheimlich groß, weil klar, die Themen sind bekannt, die europäische Währung, die europäischen Märkte, die europäische Wirtschaft hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die allseits beschrieben werden und das führt natürlich auch dazu, dass die Unternehmen hier mit entsprechenden Discounts gehandelt werden. Sind diese Abschläge im Vergleich zum historischen Mittelwert schon hoch genug? Sind sie hoch genug, um zu sagen, ich kaufe Aktien statt Unternehmensanleihen? Das kann Ihnen natürlich niemand im Detail sagen, aber ich denke, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es keinen Sinn macht, darauf zu warten, dass wir morgen eine Pressemitteilung haben, in der alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir ein Alice im Wunderland-Szenario haben, sondern es wird immer darum gehen, sich schrittweise in den Märkten zu positionieren und im Rahmen seiner Bandbreiten, deswegen sind ja auch Quoten so wichtig, Aktienquote, Anleihenquote, Gold, die Unterscheidung zwischen, was ist jetzt wirklich Marktaktik, was ist wirklich strategische Positionierung, das eben auch sauber zu trennen, um nicht ständig hinterherlaufen zu müssen, weil, wir haben es eben schon gesagt, die Ertragserwartungen sind jetzt deutlich höher und auch wenn die Zinsen, hier mal mitgebracht, die Erwartungen für die kurzfristigen Zinsen, wir erwarten natürlich klar, die EZB erhöht jetzt um 0,75%, wird dann im Dezember nochmal um 0,5% erhöhen, sodass wir dann hier entsprechend bei 2% liegen, das ist natürlich aktuell eingepreist, aber insgesamt kann man sich schon vorstellen, dass die Notenbanken vielleicht speziell in den USA natürlich ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen, weil eben auch sehr viel über die Nebenwirkungen des starken Dollars gesprochen wird, weil sehr viel über die Nebenwirkungen von höheren Zinsen gesprochen wird, Stichwort Immobilienpreisentwicklung, vor allem natürlich auch die Hypothekenkredite und wenn man das alles mal zusammennimmt, haben wir glaube ich schon ein Thema, wo wir trotz des absolut negativen Umfeldes eine positive Überraschung haben könnten. Ob das jetzt nur reicht, um mal taktisch 5-15% Gewinn am Aktienmarkt zu sehen, wie es manche Marktteilnehmer erwarten, ob das jetzt schon Boden ist, das wird Ihnen niemand genau sagen können, von daher ist es glaube ich wichtig zu sagen, was ist meine strategische Positionierung, wo will ich insgesamt sein für das Umfeld, wo weiche ich taktisch ab und auch wenn Sie zum Beispiel sagen, naja gut, ich habe nur Cash und ich warte, dann ist auch der Ausdruck von nur Cash, nur Kassenhaltung, ist ja auch der Ausdruck einer Markterwartung, Markterwartung und da wissen wir alle, Markterwartungen sind sehr schwer zu abzubilden, von daher meistens irrt man sich, weil das, was man als plausibel ansieht, bereits in den Kursen reflektiert ist und dann gibt es eben das Überraschungspotenzial in die ein oder andere Richtung. Von daher bleibt festzuhalten, die Zeiten für ein diversifiziertes Portfolio, die sind aktuell deutlich besser als im Dezember letzten Jahres und wer heute negativ ist, der ist in guter Gesellschaft, wer es Ende letzten Jahres war, ja, der war vielleicht eher alleine gelassen, von daher gilt es jetzt glaube ich auch aus dieser Thematik mit alles ist schlecht, Inflation ist schlecht, die Notenbanken wirken die Konjunktur ab, hier vielleicht das ganze Thema, hat vielleicht seinen Peak gesehen und dementsprechend, da das Kapitalmarkt ja so extrem schlecht war, im Dollar sind wir für ein gemischtes Portfolio irgendwie bei minus 25 Prozent, vielleicht endet das ja dann eben nochmal deutlich besser als die minus 25, weil das ist auch, ja, leider an den Kapitalmärkten so, es geht dann auch relativ schnell weil in die andere Richtung, schon hat ein ausgewogenes Portfolio 6, 7 Prozent plus gemacht und wenn man die nicht verdient hat, dann fehlt das eben, wenn man lange Zeiträume betrachtet, über 10 Jahre, dann fehlen einem als Anleger, wenn man zu lange an der Seite steht, eben diese Renditebeiträge. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in der aktuellen Situation, ich darf Ihnen ein glückliches Händchen wünschen, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.